Am 3. Mai 2024 wird die Festhalle Parschlug zur Bühne für einen unvergesslichen Abend rund um den Schlager. Freut euch auf die mit Spannung erwartete Präsentation des Debütalbums von Denise Repolusk. Der aufstrebende Schlagerstar lässt es an diesem Abend so richtig krachen und holt sich hochkarätige Kollegen mit auf die Bühne. Erwartet eine mitreißende Live-Show der Extraklasse mit vielen Überraschungen. Sichert euch jetzt die Tickets für einen Abend, der euch lange in Erinnerung bleiben wird. Die unvergessliche CD-Präsentation von Denise Repolusk am 3. Mai in der Festhalle Parschlug. Dabei sein ist Pflicht für alle Schlagerfans. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf.